Moin Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Das Video endet sobald ich sterbe und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Runde rein. Bam. Und let's go meine Freunde. Ach Leute, was ich euch noch gar nicht gesagt habe, ich spiele jetzt immer mit meinem Switch Pro Controller, weil ich einfach das immer mal so gewohnt bin und ich da etwas besser bin. Mein Ziel ist es, jetzt nicht gleich zu sterben, wenn ich lande, weil darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Wir landen einfach mal ganz straight. Wo wollen wir landen? Ich würde sagen, ein bisschen komisches Haus hier. Landen wir. Let's go. Ach, da landet schon gerade einer. Ich gehe lieber woanders mal hin. Ich habe echt Schiss, dass er mich gleich dann lasert. Oder warte mal, wir können auch hier hingehen. Ich sehe auch noch irgendwie so ein kleiner Ort, wo man landen kann. Sogar dieser neue Hexenbesen, der auf der OP sein soll. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich sterbe uns als Ende des Videos. Ihr seht es ja in der Länge, wann ich gestorben bin. Ich hoffe nicht jetzt schon. So, machen wir jetzt mal. Ich hoffe, das geil. Ich gehe erst mal kurz Metz sammeln. Dann können wir uns ja den anlegen. Leute. Lass jetzt auch schon mal ein Like und Abbot da, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf meinen Kanal. Wir haben erst letztens die 1000 Abonnenten geplackt. Klackt. Okay. Oh mein Gott. Ich dachte jetzt schon. Ach der, ich habe jetzt keinen Boss. Warte mal, wir müssen mal ein bisschen decken gehen. Der hat mich gesehen. 70er, 70er, 70er. Crack, 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 crack. Digga, er ist low. Er ist low, er ist low. Digga, er war so low. Er hatte zwei HP. Ja, okay, Leute. Das ist endet. Video hat geendet. Ciao.